Servus und guten Morgen Freunde, ja ich bin gerade aufgestanden, oder was heißt gerade, wir sind schon seit 10 Minuten am Wegen. Ja, es ist Mittwochmorgen um halb sechs, man merkt langsam, dass es auf den Herbst zugeht, früher wird es wieder ein bisschen dusterlicher, wir haben um die Zeit schon helleres Licht. Ja, mein erster Weg früh immer ist, meine Viecher rauslassen. Die schlafen noch. Leo! Der alte Leo begleitet mich und der Riley selbstverständlich auch. Ja, so schaut es aus. Wie gesagt, ich stehe früh immer relativ bald auf. Ich brauche nicht ewig schlafen, außerdem muss ich dann auf die Arbeit. Und wenn man noch irgendwas frühstücken will und sich ein wenig bequem hinsetzen will und YouTube-Kommentare mal antworten oder lesen möchte, dann steht man noch ein bisschen näher auf. Ja, kleine Neuerung. Gestern sind endlich die neuen Reifen gekommen und die stehen hier. Ja, so sehen die aus. Hinten drauf 420, 85 R34. Die sind 5 mm schmäler wie die alten, die wir hatten. Und vorne drauf waren es 12,4 R24. Ja, so schauen die aus. Ja, ist gut. Wie gesagt, sind jetzt dann die Michelin geworden. Also die Reifen, wie gesagt, sind jetzt da. Montiert sind sie noch nicht. Das haben wir gestern nicht mehr geschafft. Das wird dann heute gemacht. Also ich arbeite von 8 bis 14 Uhr heute. Heute mal eine ganz normale Schicht, so wie sich es eigentlich gehört. Und ja, mal gucken. Entweder macht es der Vater, weil der hat Urlaub. Oder wenn ich dann heimkomme, dass ich es dann mitmache. Ja. Und gestern hat er dann auch vom Sandstrahler alle meine Kohlflügel abgeholt. Und jetzt passt auf, wie die jetzt ausschauen. Also ich wusste, dass es so schnell geht. Schön. Keine Arbeit mehr damit. Alles blitzblank sauber. Gut, einige Löcher hat er natürlich, wie man sieht. Da unten hat es dann beim Sandstrahlen das Blech aufgerissen. Das sehe ich gleich. Da muss ich dann auch schweißen. Hier oben, habe ich ja gesagt, muss ich rausschneiden. Einige Löcher sind ein Zuschweißen. Das habe ich ja auch von vorne rein gesagt. Das weiß ich. Das ist jetzt quasi dann heute Nachmittag meine Arbeit. Das habe ich vor. Und dann wird der Kohlflügel da auch wieder. Ja, der andere, der war ja soweit. Dann sollte das eigentlich relativ fix gehen. Ja, das wäre der zweite. Die Löcher, die drin sind, die brauche ich. Die restlichen Löcher habe ich ja schon zugemacht gehabt bei dem. Also der ist eigentlich fertig. An dem war nichts mehr zu machen. Und das ist der. Dann muss ich halt die ganzen Löcher noch zumachen. Also quasi diese Löcher da. Das ganze Stück wird alles zugeschweißt. Hier oben am Handgriff, dass man sich nicht verletzen kann, das wird zugeschweißt. Hier vorne hat einmal irgendeiner mit dem Schweißgerät etwas gebrutzelt. Das wird weggeschliffen und wird schön verschweißt alles. Die Löcher da. Das. Da habe ich schon angefangen gehabt ein paar. Die zwei kommen zu. Das da, der bleibt. Das da, der bleibt. Das ist glaube ich auch zu viel. Die müssen weg. Ja, auf alle Fälle einiges an Arbeit. Aber das wird. Und dann schaut der auch wieder schön aus. Wird akkurat. Und dann können sie grundiert werden. Und dann kann Lack drauf. Und dann geht es am Krame hier auch weiter. Ja, wie man sieht. Ich habe jetzt schon mal angefangen. Ich habe jetzt quasi hier den ersten Lack runter genommen. So schaut es jetzt dann aus. Da kommt der blanke Guss unten drunter vor. Ja. Ist natürlich eine aufwändige Arbeit. Aber dieses drum hier Sand zu strahlen. Das lasse ich nicht machen. Klar, ginge da unheimlich schnell. Plus danach habe ich dann definitiv den Sand überall, wo ich noch nicht will. Und nach dem Risiko müssen wir nicht eingehen. Ja. Aber das ist jetzt der aktuelle Stand hier unten. Kotflügel wieder da. Kostenpunkt waren jetzt 80 Euro dafür fürs Strahlen. Die Reifen sind wieder da. Die müssen montiert werden. Ja. Und dann wird es doch langsam wieder. Gut. Soviel dazu. Ich schmeiße jetzt noch die Hühnern aus. Und ich denke mal, da sieht man sich heute Nachmittag wieder, wenn ich daheim bin. Wenn es hier weiter geht. Ach so. Eine kleine Info gleich noch. Der Betrieb, wo ich die Schweine herkriege, hat mich angerufen. Oder besser gesagt angeschrieben. Es schaut jetzt so aus. Von den Husumer Sattelschweinen. Von diesen rotbunten Husumer Sattelschweinen hatten sie leider jetzt bloß vier Stück. Die wollten es jetzt eigentlich selber behalten für die Zucht eventuell. Oder ob ich schon züchten will. Jetzt habe ich eigentlich gesagt, naja, ich will ja erst einmal nur ausprobieren. Ob das alles so klappt, wie ich es mir vorstelle. Und hätte quasi dann, wenn es alles so funktioniert. Wenn ich dann mit der ganzen Arbeit so weit klarkomme, wenn das da funktioniert unten im Stall. Wenn man weiß, wie der Hase läuft quasi. Dass ich dann sage ich züchte. Jetzt haben sie aber gesagt, wenn sie die jetzt dann behalten wollen für die Zucht. Dann hätten sie für mich jetzt bloß ein paar richtig braune anzubieten. Also so eine Mischung aus einem Mangalitzer Wollschwein und einem Husumer. Das ist natürlich jetzt nicht das, was ich wollte, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt muss ich einmal mit denen plaudern, dann muss ich einmal rauf. Das schaue ich sie einmal an. Mal gucken. Also gut, bis später. So, jetzt befinden wir uns auf dem Weg zu meiner Arbeit. Ja, arbeiten gehen. Ja, ich habe jetzt gerade den Betrieb nochmal angeschrieben, wo ich die Schweine herkriege. Ah ja, ich habe gesagt, wir sehen uns Nachmittag an. Ah, jetzt halt doch schon früher wieder. Ja, ich habe die jetzt nochmal angeschrieben. Ob ich nicht einfach mal vorbeikommen kann, dann schaue ich sie mir mal an. Mal gucken. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Lösung. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit, zwei Sau zu kriegen. Und wenn sie nicht so viele von den Husumer haben, dass ich zumindest eine Husumme mitnehme oder eine braune. Das war nicht ganz das, was ich will. Aber mal gucken. Für den Anfang. Und dass ich die Husumer halt dann nehme. Als Zuchtsau. Aber bloß das Problem, naja. Gut, ich meine, die werden jetzt dann eh gemästet. Aber wenn ich dann an Ebenen, an Jungen, der dann so weit ist, dann ist das auch schon relativ alt. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Mal gucken. Muss ich mich mal mit denen beratschlagen? Was ich für Möglichkeiten hätte. Das Ganze am Anfang, gleich mit dem Züchten anfangen wollte ich eigentlich nicht. Muss ja erst mal sehen. Läuft das alles? Funktioniert das alles, so wie ich es mir vorstelle? Dann komme ich mit dem Futter aus, was ich habe. Wenn du dann gleich jägst und holst dann Ebenen und eine Sau. Da muss man ja dazu sagen, die, wenn ja dann nicht geschlachtet, die bleiben ja. Das sind ja auch Zuchttiere. Also hätte ich ja garantiert erst noch mal frühestens übernächstes Jahr die Möglichkeit, was schlachten zu lassen. Ja, das ist natürlich nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Da muss jetzt mal gucken. Mal schauen, was da rauskommt. Irgendwie wird das schon. Ja, man merkt schon draußen wird es kühler. Die Nächte werden wieder feuchter. Aufs Wochenende haben sie jetzt gemeldet, Gewitter und Regen. Tagswiebarmwertstemperatur 29 bis 32 Grad. Und nachts haben wir Teilweisttemperatur, die liegen da nur noch um die 10 Grad. Die ist schon teilweise relativ frisch. Ja. Jetzt haben sie, wie gesagt, aufs Wochenende Regen gemeldet. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ja. So, und da bin ich wieder. Ja. Auf der Arbeit war ich. Mittlerweile ist es halb sechs abends. Was? Erstaunlich. Wo war ich so lang? Ja, ganz einfach. Ich habe heute noch hin und her geschrieben und telefoniert. Wegen meiner Schweinchen. Nein, nicht mit dem Veterinäramt, sondern mit denen, wo sie herkommen. Ja, also. Geferkelt hat die Sau. Die sind mittlerweile eine Woche alt. Die hat sich aber eigentlich dazu entschlossen, sie will keine abgeben davon. Weil es sind bloß vier Ferkel geworden. Umso keine Todgeburten oder irgendwie, dass jetzt welche gestorben werden oder was. Sondern es sind einfach nur vier gekommen. So was gibt es bei den Husummen. Das sind halt, wie gesagt, keine Hybridschweine, die jetzt dann zehn, zwölf Stück auf einmal. Die rechnen im Schnitt normalerweise mit sieben. Und ja, es waren halt das mal einfach ein wenig weniger. Vier Stück. Ja, die wollten sie eigentlich nicht hergeben. Jetzt hat sie mir angeboten, ich könnte ja zwei braune haben. Das wollte ich aber auch nicht. Sind zwar auch Husummen. Aber es sind halt rein braune. Und ja, dann habe ich halt mit ihr hin und her geschrieben. Mit der Besitzerin. Und jetzt haben wir uns geeinigt, kommen wir hinauf. Und dann schauen wir sie mal an. Das habe ich gemacht. Wir waren auf der Weide, wo die stehen. Die Sauen und die Ferkel. Und dann habe ich mir eben diese ein Wochen alten Ferkel angeguckt. Die haben wirklich eine Tiptop Zeichnung. Richtig schön. Wunderschöne Tiere. Sind nach einer Woche schon so groß wie nach drei Wochen. Also sind richtig flott gewachsen. Durch das, dass das halt, wie gesagt, nur vier sind. Die kommen richtig ans Futter ran. Sind schon richtig fit. Und ja, habe ich auf alle Fälle dann gesagt. Hm, natürlich schade. Eigentlich wollte ich schon. Dann sagt sie, naja, du kannst jetzt entweder von die ganz braunen. Oder ich hätte da halt noch zwei, die sind mit viel weiß. Die sind eigentlich nicht zur Zucht geeignet. Ja, und jetzt sind wir so verblieben. Ich habe jetzt von die etwas älteren Ferkel. Die sind quasi von, lasst mich mal überlegen. Ich glaube jetzt geschrieben, am 12. oder 14. Juli geboren. Also die sind jetzt eigentlich vier Wochen alt. Wären in vier Wochen Abgabe bereit. Da habe ich mir jetzt einen rausgesucht. Einen, ja. Das ist ein kastrierter Eber. Und den kriege ich. Der hat mir dann doch vor der Zeichnung noch ganz gut gefallen. Der hat halt relativ viel weiß. Gut, ja. Aber ich habe auch gesagt, die sollen später sowieso geschlachtet werden. Ist das Ziel. Er hat mir aber trotzdem gut gefallen. Ich meine, solange man es auch hat, freut mich. Das weiß ich doch auch. Und bei den Jungen. Da hat sie jetzt dann einen drin gehabt. Den wollte sie eigentlich gestern kastrieren. Ist ja Eber. Hat sie dann aber noch nicht gemacht. Weil ich ja gesagt habe, dass ich ja mal raufkomme. Und weil ich ja eigentlich gesagt habe, ich möchte ja irgendwann nochmal züchten. Und den habe ich mir jetzt angeguckt. Da hat sie gesagt, naja. Von der Zeichnung perfekt. Also wie gesagt, ich habe ihn ja angeschaut. Richtig klasse. Nur die Vorderläufe sind mit weiß. Sonst keine weißen Flecken. Nichts drauf. Hinten alles braun. Vorne alles in diesem rotbraunen Ton. Und nur die Vorderläufe und halt der Teil vom Bauch. Beziehungsweise dann vom Rücken hinten ist weiß. So eine weiße Binde. Und der hat mir so gut gefallen. Habe ich gesagt, naja. Hm. Wenn du den jetzt kastrierst, dann ist der als Eber verloren. Als Deckeber. Weißt du was? Ich nehme den mit. Dann haben wir das ausgemacht. Ich habe auch gleich eine Anzahlung dafür dort gelassen. Weil Eber, die nicht kastriert werden, ist ein wenig problematisch. Das ist dann relativ teuer, wenn du die später kastrierst. Weil die ja dann, wie gesagt, Vollnarkose brauchen. Und dann muss der Tierarzt kommen. Ähm. Und dann wird es recht kostspielig die ganze Sache. Und. Ja. Ich habe eine Anzahlung gemacht. Da habe ich gesagt, ich nehme den mit. Der bleibt halt jetzt da noch ein kleines bisschen oben. Der ist jetzt eine Woche alt. Ich habe gesagt, so mit circa sieben Wochen wird es dann wahrscheinlich abgeben können. Theoretisch wäre es bei dem wahrscheinlich schon mit sechs Wochen. Normal in der Regel aber acht Wochen. Also jetzt haben wir einen Haufen verschiedene Wochen, Wochen, Wochen. Ähm. Jetzt haben wir ausgemacht alle zwei. Dann machen wir es doch so. Anfang Oktober. Das war ja sowieso mein Ziel. Hol ich sie alle zwei. Den kastrierten Eber und den richtigen Eber. Ähm. Nachdem da eine kastriert ist, wird es da keine Rangkämpfe geben. Die haben oben mal die Eber zusammenlaufen. Gibt überhaupt keine Probleme. Und. Ja. Dann kommen die hier unten rein. Und dann wird halt nur der kastrierte Eber dann ein Stommer geschlachtet. Und ich suche mir dann irgendwann einmal noch eine passende Sau dazu. Da kann ich natürlich jetzt dann keine Sau von denen nehmen. Ist logisch. Ähm. Kann natürlich sein. Hier unten bei uns ist das natürlich eh schwierig. Ich meine ich bin in Oberfranken. Und. Husommer Sattelschwein. Sagt ja der Name schon. Ist ja eigentlich eher norddeutsche Richtung. Ist hier unten schwer zu kriegen. Die hat schon gesagt. Arche wartet zum Beispiel. Die haben immer welche. Da muss ich ja mal gucken wo ich dann welche herkriege. Also eine. Habe ja gesagt. Ich will einen Eber. Eine Sau. Und. Ja. Das wird irgendwie klappen. Bin ich mir sicher. Kommt halt immer anders wie gedacht. Jetzt habe ich natürlich dummerweise auch. Ich war drogen. So dumm wie mir ist. Macht nicht einmal Bilder. Wollt eigentlich ein Video machen. Oder Bilder machen. Naja. Im Nachhinein denkt man sich dann auch. Klar. Ja. Jetzt habt ihr sie natürlich nicht gesehen. Ähm. Aber mir hat es so gut gefallen. Ich sage ja. Die Eber die ist so tipptopp. Ich habe mich jetzt natürlich in die Rasse dadurch schon ein wenig eingelesen. Und. Da weiß ich mir dann schon auf was man ein wenig achten muss. Und ich habe auch gesagt. Wenn ich sie züchten tue. Dann sollen es schon schöne Ferkel werden. Wo ich danach sage. Also wenn jetzt jemand eine Zuchtsau zum Beispiel sucht. Oder eine Zuchteber oder was sucht. Wenn dann da mal was passendes rauskommt. Wo ich sage. Das kann ich danach wieder weiterverkaufen. Dann schaut man natürlich schon drauf. Dass mir die Rasse einhält. Das ist ja eine. Ja. Mehr oder minder gefährdete Rasse. Nutztierrasse. Und da habe ich gesagt. Dann. Schaue ich doch. Dass das auch so weit läuft. Dass das dann passt. Und. Ja gut. Dann ist es halt jetzt ein wenig anders gekommen. Da habe ich jetzt quasi nur. Eine kastrierte Eber zum Schlachten hier. Und. Einen Deckeber später mal. War zwar anders geplant. Aber gut. Ja im letzten Video bin ich auch gefragt worden. Ob ich nicht einmal zeigen kann. Wie ich bei den Hühnern die Eier unten hole. Na das lässt sich doch einrichten. Habe ich gesagt. Also. Ich habe ja. Diese Eierboxen hier. Ja. Die können wir auch mal gewaschen. Das muss ich vor dem Winter nochmal machen. Keine Angst. Das ist nichts was da drauf pappt. Sondern das ist einfach vom. Kot quasi. Das zieht ins Holz halt ein. Ja. Die muss ich halt nochmal waschen. Vor dem Winter. Ist aber jetzt schon sauber soweit. Keine Angst. Kann man auch anlangen. Passiert einem nichts. Ich habe diese Legeboxen. Wenn ich Hühnereier drin habe. Moment. Dann ist es ja hier so. Die Hühner legen das Ei. Das rollt dann quasi hier in die Mitte rein. In das Loch. Und unten in diese Box. Und die kann ich hier unten in diese Schublade dann rausziehen. Und kann hier meine Eier absammeln. Na. Der Vorteil ist. Ich kriege. Ja. Relativ. Saubere Eier. Und dasselbe Spielchen hier unten. Na. Da ist nichts. Ich kriege relativ saubere Eier. Und habe da. Quasi keinen großen Stress. Kommt da schön an. Vor allem. Ein großer Vorteil ist. Die Hühner hacken die Eier nicht kaputt. Ja. Zwei Eier hat es heute gegeben. Heute früh hatte ich noch eins in drei. Äh. Mehr waren sie jetzt nicht. Problematik im Moment. Die sind in der Mauser. Ähm. Und wenn Hühner in der Mauser sind. Dann legen die eher schlecht. Was ich auch dazu sagen muss. Gerade die älteren die wo ich hin gehabt habe. Die haben. Letztes Jahr im Winter unheimlich viel Eier gelegt. Wo sie normalerweise weniger legen. Und ich denke mal. Nachdem die jetzt ziemlich bis in der Sommer rein viel gelegt haben. Jetzt machen sie. Sommer in die warmen Temperaturen. Und normalerweise Pause machen. Aber das kommt wieder. Ja. Die freuen sich. Da haben wir den. Einen von den neuen Hähnen. Konstantin oder Rasputin. Wer bist denn du? Das weißt du selber nicht. Das weiß ich auch noch nicht. Ja. Die sperren wir jetzt mal ein. Und dann mache ich meine anderen Viecher noch fertig. Und dann ist Feierabend zu heute. Und dann immer drehen Sie still. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, fahren wir noch die Panoramastrecke heim. Also, wenn wir jetzt gerade hier hinten sind, geht es sich ja an. Ich habe immer gefragt, ob wir keinen Ackerbau haben oder wie viel Fläche wir haben. Also, es schaut so aus. Wir haben insgesamt 6,81 Hektar Fläche. Davon sind es irgendwas um die 3,8 Hektar Acker. Und der Rest ist Grünland und der Rest ist das Feld, das ist ja das Feld, das abgebrannt ist. Die Fläche ist 2,71 Hektar groß. Die Fläche ist 2,71 Hektar groß. Die war dieses Jahr stillgelegt. Und ja, nächstes Jahr kommt hier Winterweizen drauf, so ist es geplant. Das ist jetzt mal die Fläche, das ist das Feld, das ist ja noch ein Feld draußen in Betzmannsberg. Das kriegen wir wahrscheinlich wieder. Ja, Grünland, ganz klar. Die Wiese da, also jetzt über das Maisfeld hinweg geguckt, wo die Bäume sind, das ist auch unsere Wiese. 0,9 Hektar. Hat auch schon immer zu uns dazugehört. Dann gibt es eine Wiese. Die sieht man von hier aus natürlich nicht. Wenn man jetzt sich da denkt, Querfeldein, Luftlinie, naja, 750 Meter. Hier, den Berg runter, da läuft unten her der Main. Und auf der anderen Seite drüben auch Bahngleis. Und da haben wir auch eine Fläche, eine Wiese, 0,5 Hektar, 0,56 Hektar. Ja, dann wenn man in die Richtung da guckt, quasi über die Häuser so hinweg, liegt in etwa in 1,5 Kilometern Entfernung auch eine Fläche von uns. Das ist ein Feld mit 1,07 Hektar oder was das sind. Oder 0,8. Da gehört auch zu uns dazu. Da muss ich aber selber mal rausfahren, muss mir die Feldgrenzen angucken, weil ich weiß die nicht auswendig. Ja, und da draußen haben wir dann auch noch, okay, weiter. Da draußen haben wir dann auch noch Wald. Ja, und dann halt noch die Hochfläche selber und das war's eigentlich. Das sind unsere Flächen in dem Großen und Ganzen, sagt. Ja, mehr ist es nicht. 6,81 Hektar, was erwartet man? Wir sind ein Ebenerwerbsbetrieb, nichts mehr von der Werbung. Aber jetzt war's die ganzen Jahre, die Hälfte davon war verpachtet. Wir müssen nochmal den Gang hochschalten. Prima, Rannhorch. Die ganzen Jahre war vieles davon verpachtet. Prost. Wir haben gesagt, wir oben sind es bitter. Wir sind ein Ebenerwerbsbetrieb, das ist ein Ebenerwerbsbetrieb. Wir sind ein Ebenerwerbsbetrieb, das ist ein Ebenerwerbsbetrieb, das ist ein Ebenerwerbsbetrieb. Wir sind ein Ebenerwerbsbetrieb, das ist ein Ebenerwerbsbetrieb, das ist ein Ebenerwerbsbetrieb. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 mal sehen und ja das netz für die Ziegen, dass die nicht spazieren gehen, weil du gängst ja sonst da oder überall noch mit deiner Emmer. Ja, ist aber das 10. Mal eh kein Strom drauf, also es ist da nicht so schlimm. Gut, da gibt es bestimmt eine schönere Lösung, ein paar Isolatoren und einen Pfahl da reinkaut, dass man um die Dachrinne rumkommt. Ich habe da sowieso noch ein wenig so Projekt, das was ich schon im Hinterkopf habe, das ist allerdings kostenintensiv, das ist nicht ganz günstig. Ich habe schon mal überlegt, die ganze Koppel hier, also die ganze Fläche hier hinten, unten rum, hinten, runter, rauf, an der Hecke bis ganz rauf und dann bis davor, wo da oben diese Baubreihe ist, alles mit Pfähle zu stecken, so in drei, dreieinhalb, vier Meter Abstand, da es mit den Maschinen noch durchgeht. Da dann ein starkes Band reingemacht, dass die Pfähle gleich säen, mit Isolatoren und ja, quasi ein Riesenkoppel gemacht und dann bloß noch mit dem Netz da in der Mitte abgeteilt, was ich halt als Fläche jetzt gerade nicht hergeben will oder was, was ich nicht kriegen soll. Ja, ich habe schon darüber nachgedacht, ist aber wie gesagt kostenintensiv, die Pfähle kosten mit einem Haufen Geld und ja, das haben wir im Moment nicht. Darum habe ich das aktuell noch nicht gemacht. Kommt aber auch noch, was ja auch geplant ist hier, die Fläche da soll befestigt werden, ein Teil davon, so 50, 60 Quadratmeter. Das möchte ich mit so Paddockplatten machen, die mit Sand ausgefüllt werden und wie man schon sieht, der Boden, das ist natürlich hier das Problem, der ist so verfestigt, da bleibt das Wasser immer stehen. Da will ich mit dem Bagger aufgraben bis rüber dann, also quasi hinter dem Offenstall da vorbei und dann runter zu der Rinne und da Drainage hineinlegen, dass die ganze Feuchtigkeit da raus geht. Das liegt als erstes an, aber das brauche ich auch schon mal das Material dafür, ich habe es nicht einfach hier liegen. Pflastern kann ich nicht, da wenn dann im Winter Schnee drauf fällt und ich latsche ein paar mal drüber, dann hat man schnell Eis, dann brechen sie sich bloß die Bar. Deswegen eben dann hier quasi wo der Stall da aufhört, der Offenstall hier so rauf und dann, naja, nicht bis zum Baum, also die halbe Höhe hier vielleicht, rüber und dann da wieder runter, dass ich da einen richtig schönen offenen Platz habe, wo sie im Winter raus können, wo sie sich hinlegen können, weil letzten Winter war es wirklich so, durch das, dass es so viel geregnet hat, ich konnte sie teilweise gar nicht rauslassen bis zum Frost. Ist natürlich nicht schön, ja gut, man muss es halt dann wieder reinholen, wenn sie nicht raus können, dann muss man halt mit ihnen spazieren laufen. Ist ja auch kein Problem, weil noch werden sie nicht geritten oder im Moment nicht und arbeiten tut die Hannah auch noch nichts. Ja, da muss man halt auch einigen gucken, dass man mit Spaziergängen dann wieder rein holt. Aber gut, das hat ja funktioniert. Man sieht ja, die fühlen sich wohl, die freuen sich jetzt. Ja, so wie es muss. Und das wird verfestigt, dann haben die da ein wenig Platz, so gut ist. Gut, in diesem Sinne, jetzt würde ich sagen, jetzt ist Schluss für heute, für dieses Video. Wird lang genug sein. Schneiden müssen wir es dann heute Abend, wenn ich heimkomme, dass ihr morgen was zu sehen habt. Und dann würde ich sagen, allen ein schönes Wochenende und Servus bis Dienstag 16.30 Uhr.